Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, COS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Wenn man das Nachwuchsprogramm der Mannheimer Eishockey-Adler anschaut, dann erkennt man sehr schnell, wer hier unterkommt, muss ein besonderes Talent sein. Nicht umsonst gewinnen die Jungadler fast jedes Jahr die Deutsche Meisterschaft. Einer, dem dies auch gelungen ist und der jetzt in Kanada spielt, ist unser heutiger Studiogast. Herzlich willkommen, Tim Stützle. Hallo Tim. Hi. Lange nicht mehr gesehen. Ja, lange nicht mehr gesehen. Danke für die Einladung. Du bist doch einfach abgehauen nach Kanada. Ja, es ging alles relativ schnell, aber ich bin froh, immer im Sommer hier zu sein. Ja, wie geht es dir in Kanada? Mal sehr gemein gefragt. Sehr gut, es ist sehr kalt, minus 20 Grad, man kann nicht so viel draußen machen, aber trotzdem macht es mega viel Spaß und die Jungs dort sind alle super. Ich verstehe mich mit jedem gut und wir haben einfach eine coole Zeit zusammen und spielen Eishockey. Aber du warst sehr erfolgreich in der letzten Zeit, mir hat man vergessen zu sagen, wo du spielst. Ottawa. Ottawa. Ottawa in Kanada. Ja, also eine alte Eishockey-Metropole, wenn man so will, die aber seit vielen Jahren auch nicht mehr ganz oben mitspielt. Du hast eine super Saison hingelegt, deine Statistik war fantastisch, bester Scorer im ganzen Team. Aber ist es dann wichtiger, dass man selber sozusagen der Beste dann ist, was Scorer-Punkte angeht? Oder ist das Team wichtiger, wo es am Ende landet? Nee, also ich glaube, da wird dir eigentlich jeder das Gleiche sagen. Ich meine, ich glaube, für jeden Eishockey-Spieler, der spielt, der will irgendwann mal gewinnen. Und ich glaube, das ist für mich auch das größte Ziel. Natürlich will man auch immer selber gut spielen und eine gute Performance leisten. Aber ich glaube, das Ganze ist auch nur möglich, wenn man das Team drum hat. Und ja, ich hatte letztes Jahr die Möglichkeit, mit mega vielen guten Spielern zusammen zu spielen. Und ja, das hat es mir einfach ermöglicht, auch eine gute Saison zu haben. Aber nichtsdestotrotz würde ich ja auf jeden Fall mehrere Siege eintauschen gegen meine Punkte. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Du bist im Rheinland geboren, in Viersen. Und bist dann nach Krefeld gegangen. Auch eine alte Eiserke Hochburg, die natürlich jetzt auch nicht mehr so toll ist, wie sie einst war, vor vielen Jahrzehnten. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Ja, mein Papa hat früher Eishockey gespielt, bis er 18 war. Und hat dann irgendwie aufgehört, hatte nicht mehr so viel Lust auf Eishockey spielen. Da waren ein paar andere Sachen irgendwie wichtiger. Und ja, ich wollte irgendwie schon immer mal aufs Eis, weil mein Papa halt gespielt hat. Und dann hat es angefangen in der Laufschule mit Peter Kaczmarek, der ja auch sehr bekannt ist im deutschen Eishockey. Und ich glaube, durch ihn habe ich einfach noch viel mehr Spaß am Eishockey gehabt. Und dort auch habe ich meine besten Freunde kennengelernt, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Und ja, es hat einfach mega viel Spaß gemacht, immer aufs Eis zu gehen. Und ich glaube, wir hatten vier bis fünf Mal die Woche Training schon am Anfang. Und ich konnte eigentlich gar nicht genug kriegen. Deswegen hat es mir einfach mega Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, das Interessante für Menschen, die mit Eishockey wenig am Hut haben, wie viel in der Jugend schon trainiert werden muss. Das ist ja auch in Mannheim so, egal in welcher Altersklasse du rumspringst. Das ist für die Eltern auch eine enorme Belastung. Sie müssen ja jeden Tag in die Eishalle fahren. Wie war es denn bei dir? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ohne meine Eltern wäre ich niemals da, wo ich jetzt heute bin. Meine Mama hat mich jeden Tag zum Eishockey gefahren, vier bis fünf Mal die Woche. Ich habe noch Fußball gespielt. Ich habe am Wochenende Fußball und Eishockey gespielt, zu Turnieren mitgefahren. Mein Papa war bei jedem Spiel, hat unter der Woche viel gearbeitet. Ja, immer noch unterstützen sie mich zu 100 Prozent. Egal bei welchen Entscheidungen, ob es da ist, in Mannheim zu bleiben oder in die USA zu gehen. In jeder Entscheidung haben sie mich voll und ganz unterstützt. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Auch meine schulische Ausbildung habe ich sehr viel meinen Eltern zu verdanken. Ich glaube, ich selber hätte die Schule wahrscheinlich früher abgebrochen und nur auf Eishockey konzentriert. Aber ja, ich glaube, das ist einfach mega wichtig, auch ein zweites Standbein zu haben. Und ja, das habe ich alles für meine Eltern. Und deswegen bin ich ihnen unendlich dankbar und kann das, glaube ich, gar nicht so zurückzahlen, was sie mir alles geboten haben. Gab es denn nur irgendwann die Entscheidung, Fußball oder Eishockey? Oder war von Beginn an klar, dass es nur in eine Richtung geht? Ja, es war nicht so einfach, weil ich auch mehrere Angebote hatte, im Fußball irgendwo in eine bessere Mannschaft zu gehen. Aber am Ende habe ich mich dann klar und deutlich eigentlich für Eishockey entschieden, weil Fußball hatte ich eh so ein bisschen immer hin und her hinterher geschliffen. War kaum im Training, habe eigentlich fast nur noch gespielt. Und dann haben meine Eltern halt gesagt, du kannst nicht ins Training gehen und dann am Wochenende spielen und vielleicht dem anderen den Platz wegnehmen, was ja vollkommen richtig ist. Ich meine, da gibt es viele Jungs, die jeden Tag trainieren. Und dann trainiere ich einmal die Woche oder zweimal die Woche und spiele dann am Wochenende. Der andere sitzt auf der Bank, das ist natürlich nicht so fair. Von daher war das dann im Endeffekt eigentlich eine relativ einfache Entscheidung. Du warst, zumindest wenn man nachliest, sehr früh als Talent erkannt worden. Und dann kam Mannheim auf dich zu und hat gefragt, willst du nicht zu den Jungadlern kommen? Ja, das war, also eigentlich war es so, ich war glaube ich 14. Und da hatte Mannheim schon mal angefragt gehabt, aber da haben meine Eltern gesagt, jetzt noch nicht. Und weil das ein bisschen zu früh war, fanden sie einfach. Und dann hätte ich mit 14 eigentlich in der U19 oder U20 in Krefeld spielen sollen. Aber das ist irgendwie nicht durchgegangen, weil ich noch zu jung war und das durfte man irgendwie nicht. Und ja, dann hatte ich eine Saison, wo ich mit U16, also unter 16 gespielt habe. Und das war für mich so ein bisschen mehr so auf und ab. Ich konnte mich nicht so wirklich verbessern. Und Krefeld, ich bin auch mega dankbar an Krefeld. Ich glaube, ja, oder ich weiß, dass ohne die wäre das auch alles nicht möglich gewesen. Die haben mir sehr, sehr viel geboten. Und vor allem mit dem Peter Kaczmarek, ich glaube, der hat auch wirklich den Grundstein dafür für alles gelegt. Und ja, im Endeffekt dann mit Frank Fisch oder in Mannheim, ich glaube, das war die perfekte Entscheidung. Hatten da auch mega, mega viele coole Jungs und hatten einfach sehr viel Spaß zusammen. Aber es ist doch, wenn man im jungen Alter wechselt und geht dann sozusagen in ein Internat, weg von den Eltern, weit weg, jetzt ist ja Krefeld oder Fiersmann, ist ja doch schon ein Stückchen weg. War das schwierig für dich am Anfang? Ich war eigentlich nie jemand, der so wirklich Heimweh hatte, weil vor allem, wenn du auch bei den Jungenatlern bist, du stehst manchmal, ich glaube, zwei oder dreimal die Woche hatten wir Frühtraining. Dann sind wir, ich glaube, um 5.30 Uhr oder so aufgestanden, sind dann ins Training, sind danach dann in die Schule bis 16 Uhr, hatten danach wieder Training. Und dann bist du einfach platt dann abends und denkst gar nicht so wirklich, glaube ich, daran, wie es jetzt wäre, wenn du zu Hause bist. Aber in Mannheim ist es auch immer so, ich glaube, die Jungs, die die verpflichtet haben, sind alles top, top Menschen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Und von daher, ich wurde super aufgenommen, obwohl ich vielleicht drei, vier Jahre jünger war als viele andere. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es so einfach geklappt hat. Und ja, wie schon gesagt, ich glaube, die Jungadlerzeiten waren wirklich mit die besten Zeiten in meinem Leben. Du kennst dich ja ein bisschen aus in Eishockey Deutschland. Jetzt haben wir dieses Jungadlerprojekt, du hast ja auch deutsche Meisterschaft gewonnen im Nachwuchsbereich. Ist das wirklich so außergewöhnlich im Vergleich zu anderen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Außergewöhnlichste ist, dass der Claudio Preto alles für die Jungs macht. Das war schon bei mir so. Der hat also wirklich egal, was die Jungs gebraucht haben. Der war immer da, hatte immer ein offenes Ohr, war aber auch streng mit uns, wenn es um schulische Leistungen geht. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, dass da die Schule nicht zu kurz kommt. Und ich glaube, dass viele in meinem Alter damals, 14, 15, keine Lust hatten auf Schule. Ich glaube, das ist heutzutage auch noch so. Aber im Endeffekt kann ich nur allen sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist. Eine Verletzung kann sehr, sehr viel, sehr, sehr viel ändern. Und das habe ich früher auch nicht geglaubt. Aber wenn man das jetzt so sieht, ich meine, ich kenne welche, die waren immer gut, haben immer mega gut gespielt, waren sehr erfolgreich. Und auf einmal reißen zwei Kreuzbänner durch. Und dann, wenn man dann keine schulische Ausbildung hat. Und es ist natürlich schwer, als junger Spieler auch irgendwo einen Verein zu finden, wenn man schon zweimal so schwer verletzt war. Aber von daher ist es, glaube ich, kann man das nur an alle weitergeben, dass die schulische Ausbildung sehr wichtig ist. Ist das tatsächlich so, wie du gerade angedeutet hast, der sozusagen Verantwortliche für die Jungadler, der schaut auf eure Zeugnisse? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man nicht gut in der Schule war oder weil Stress in der Schule war, dann durfte man nicht spielen. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Aber meine Eltern haben auch immer sehr stark danach geschaut. Ich glaube, wie schon gesagt, der Claudio, die sind ja jetzt auch umgezogen im Internat. Dort hat er auch alles für uns gemacht, wurde eingekauft, Restaurants rausgesucht, wo man umsonst essen kann und vieles mehr. Und ich glaube, dass die Jungadler sich sehr glücklich schätzen können, dass sie jemanden wie Claudio haben, der da wirklich alles für die Jungs macht und sich auch für sie einsetzt. Auch wenn es mal einen Schulstress gibt, trotzdem auf der Seite steht, obwohl es vielleicht nicht so richtig ist. Und ich glaube, dass das einfach sehr cool ist zu sehen. Man sollte ein bisschen über die Schule reden, weil das darf man ja auch nicht unterschätzen, die Unterstützung, die es von der IGMH gibt, Gesamtschule Mannheim-Herzogenried. Ich habe das letztens, als der Moritz Seider da war, habe ich mal gesagt, da hängt eine Ahnentafel von allen Sportlern, die dort sind. Also auch allen euch, die jetzt große Eishockeyspieler sind und aber auch andere Sportarten. Das war ja immer, da gibt es dann Nachführunterricht, wenn ihr morgens Training habt, korrekt? Ja, genau. Also bei mir war es dann anders, weil ich dann mit 17 zu den Adlern gegangen bin und meine Eltern trotzdem noch wollten, dass ich die Schule fertig mache. Und dann hatte ich morgens Training, weil die Adler ja immer morgens Training hatten und bin dann nachmittags noch in die Schule gegangen und hatte sozusagen Einzelunterricht. Also einen Lehrer und ich, was ab und zu sehr anstrengend war, aber mir unglaublich weitergeholfen hat, dadurch, dass ich dann die Arbeiten und alles schreiben konnte und dann auch mein Fachabit noch fertig machen konnte. Und ich glaube, bei Mo war es ähnlich. Bei dem war es auch am Anfang so, glaube ich, dass er viel Einzelunterricht hatte und so. Aber bei ihm ist ja dann Corona, glaube ich, dazwischen gekommen. Dann war das ein bisschen was anderes. Aber Frau Wörner, also die hat sich da um alles gekümmert im Sport und so. Ja, bei der muss man sich natürlich auch bedanken. Und ohne die wäre das auch nicht möglich geworden, dass wir so viele junge Adler, glaube ich, auch die Schule dort bestanden und auch gut die Schule bestehen, weil auch immer nachgeschaut wurde, ob man vorbereitet ist. Und wenn man vielleicht mal eine Fünf irgendwo hatte oder so, dann wurde extra noch daran gearbeitet, dass man vielleicht die nächste Arbeit besser schreibt als die ersten zwei. Und von daher ist da auch ein großer Dank an die auszusprechen. Du hast jetzt in den ersten Minuten unseres Gesprächs sehr häufig den Begriff Dankbarsein und Dankbarkeit benutzt. Kommt das von tiefem Herzen? Egal, um was es jetzt gerade ging, welche Thematik? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, für alles muss man dankbar sein. Natürlich gehört auch sehr viel harte Arbeit selber dazu. Aber ohne die Menschen, die einen auf dem Weg begleitet haben, ist es natürlich alles möglich. Ich glaube, das kann dir auch jeder sagen. Keiner wächst so auf, wie man jetzt zum Beispiel rauskommt, sondern alles oder wie man jetzt in dem Alter sozusagen ist. Ich glaube, dass jeder seine Sachen auch lernt. Und dazu gehören einfach bestimmte Leute dazu. Und dazu, glaube ich, gehört in jedem Lebensabschnitt, egal in welchem Alter, gehören bestimmte Leute. Und ja, denen muss man einfach danken. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man immer dankbar bleibt, egal was man erreicht. Ich glaube, auch jetzt, egal wo man spielt, ich bin mega dankbar dafür, dass ich überhaupt in der Lage bin, bei dieser Mannschaft zu spielen. Und dass sie mich damals gezogen haben, mir die Chance gegeben haben. Von daher ist es, glaube ich, mit das Wichtigste im Leben. Ja, das war ja ein durchgetakteter Tag als junger Mensch. Jeder Tag, jeder Tag. Und am Wochenende kamen die Spiele noch dazu. Was braucht es denn dafür, außer dem Talent, dass man es schafft? Ja, ich glaube, man muss am Anfang noch viel verzichten. Aber für mich war das eigentlich gar nicht so verzichten, weil ich wollte eh eigentlich nur Eiskie spielen oder Fußball spielen oder Sport machen. Von daher, ich meine, wenn dann deine Freunde aus der Schule damals, wo ich noch in Krefeld gewohnt habe, die dann mit 14, keine Ahnung, sich mit Freunden getroffen haben, ins Freibad gegangen sind oder so, aber du halt nie mitkonntest, weil du halt immer Training hattest. Aber in dem Alter vor allem war das halt noch so, dass ich wollte eigentlich gar nicht bis ins Freibad, ich wollte viel lieber ins Training. Von daher war das für mich eigentlich nie so verzichten. Aber ich glaube, dass viel Disziplin dazu gehört, dass egal, was man macht, auch versucht, der Beste zu sein. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man, ja, man darf sich, also man darf nie zufrieden mit sich selber sein, glaube ich. Ich glaube, es ist egal, in welchem Job, es ist nicht nur im Sport. Ich glaube, man muss sich immer verbessern können, egal, wie gut man ist. Ich glaube, jeder wird sagen, dass man in verschiedenen Aspekten noch viel besser sein kann. Und daran versuche ich, taktisch zu arbeiten. Ja, du hättest dann relativ als Ball den jungen Alter nach Nordamerika gehen können und für eine Universität zu spielen, hast dich aber dagegen entschieden. Warum? Ja, meine Eltern fanden sie überhaupt nicht gut eigentlich, weil die ja immer so viel auf Schule gelegt haben. Aber ich wollte mich irgendwie durchbeißen. Ich wollte nicht den einfachen Weg nehmen. Ich habe überlegt, wie es wäre, wenn ich bei den Adlern spiele. Und mein Ziel war es, so hoch wie möglich gedraftet zu werden. Und ich habe meine Chance einfach darin gesehen, bei den Adlern, wenn ich dort gut spiele, gegen Erwachsene spiele, dass es viel mehr Aufmerksamkeit auf einen zieht. Und ich habe es natürlich auch bei Mo gesehen, der das ein Jahr vorher gemacht hat und ihm das auch mega geholfen hat, gegen Erwachsene zu spielen. Und auch die ganzen Jungs in Mannheim, die haben mir unglaublich weiter geholfen, auch Ben Smith und so, mit denen ich dann zusammengespielt habe. Und ja, wie ich schon gesagt habe, denen kann man auch nur dankbar sein, dass die einen auf so einem Weg begleitet haben und mit denen man auch heute noch Kontakt hat. Und ja, deswegen für mich war es einfach nicht der einfache Weg, aber ich glaube, der richtige Weg. Und ja, sich da durchzusetzen bei den Adlern, die Chance zu kriegen am Anfang und die Chance auch zu nutzen, ich glaube, das hat mir sehr viel weiter geholfen. Weil du den Namen erwähnst, ich erinnere mich an das Tor, wo du hinter das gegnerische Gehäuse fährst und den Rückhandpass spielst zu Ben Smith. Gegen wen war das? Erinnerst du dich? Ja, ich... Ein unfassbar schönes Tor, muss man sagen, ja. Nee, mit dem Benni habe ich mich super verstanden, auch auf dem Eis. Und der hat ja dann auch Center gespielt, das ist ja jetzt auch Spiel, wo ich damals da außen gespielt habe. Und von dem habe ich echt sehr viel gelernt. Ja, ja, jetzt bist du 17 Jahre alt und kommst in ein Profi-Team. Willst dir dann einen Platz erarbeiten? Wie wird man denn da aufgenommen? War das fast bei allen Jungen, Sie sind diejenigen, die den Korb tragen müssen mit den Pucks? Ja, ich glaube, das ist überall so. Klar, also für mich war das eigentlich, ich bin jetzt, würde ich mal so sagen, jetzt kein Arschloch sozusagen, wenn ich jetzt um Platz kämpfe, sondern ich versuche einfach, meine Leistung zu überzeugen oder über meine Leistung zu überzeugen. Aber natürlich ist es nicht so einfach, wenn man dann um Platz kämpft gegen einen, der schon 15 Jahre im Profi-Bereich gespielt hat. Und da muss man sich natürlich auch ein bisschen anpassen. Pavel hat mir von Anfang an die Chance gegeben, hat mir auch gesagt, er wird mir eine Chance geben. Ob ich sie nutze, wird man dann sehen. Aber ich glaube, dass ich mir, egal bei was, immer das Ziel gesetzt habe, meine Chancen zu nutzen. Und wenn man eine Chance kriegt, muss man halt sehr hart dafür arbeiten, dass man dann auch die Chance nutzen kann. Gib mir mal, hilf mir mal einen Eindruck, in die Kabine zu liefern, ein Stück weit. Das ist ja genauso, wie du sagst, jeder will spielen. Da kämpfen drei vielleicht um die gleiche Position, zwei müssen am Wochenende auf der Tribüne sitzen, weil der junge Stützel kommt. Gibt es da auch Anfeindungen oder ist alles so perfekt, wir sind ein Team, alles wunderbar? Ja, also es war bei Mannheim wirklich überraschend sehr gut, muss ich sagen. Also da war nie irgendwie, dass jetzt da Anfeindungen waren oder so. Also jeder, ich glaube, jeder arbeitet an seinem Platz dort natürlich. Aber ich glaube, dass auch viele das sehr reflektiv sehen können, wer jetzt der bessere Spieler ist. Und als ich damals nach Ottawa gekommen bin, nach der U20-WM, hatten wir so ein kleines Camp noch. Und da geht es halt immer darum, dass Spieler gegen Spieler kämpfen und die versuchen, ins Team zu kommen. Und da dachte ich halt so, dass es ganz normal wird wie bei Mannheim. Und dann nach zwei Minuten gab es eine Schlägerei und dann dachte ich so, ja, okay. Ja klar, ja klar. Also deswegen, also damit habe ich dann auch nicht gerechnet. Aber drüben ist es nochmal was ganz anderes, weil es da, glaube ich, also für die geht es wie um Leben und Tod dort drüben. Und in der DEL ist es ja auch viel so, dass dann jetzt mit der U23-Rege gibt es immer mehr junge Spieler. Aber davor war das ja noch so, dass viele Jungs, die schon vielleicht 15, 16, 17 Jahre im Profibereich gespielt haben und die dann danach noch in die DEL kommen, aus Amerika oder wie auch immer. Und dann vielleicht einfach, dass andere auch ein bisschen mehr reflektieren können, wie es dann im Vergleich ist. Und auch die Jungs sozusagen ein bisschen mehr erkennen. Jetzt müsste man vielleicht den Zuschauern erklären, was eine Draft ist. Mach du das, ich kann es auch, aber du machst es besser. Es ist eigentlich nicht so einfach zu erklären, weil ja, also eigentlich die höchste Wahrscheinlichkeit, den ersten Draftpick zu kriegen, ist, wenn man das schlechteste Team in der Liga. Und dann werden sozusagen Bälle in so eine Rolle geworfen und dann wird das alles durchgemischt. Und dann hat zum Beispiel jetzt die schlechteste Mannschaft mehr Bälle drin als die zweitschlechtste Mannschaft. Und die, die zum Beispiel in die Playoffs gekommen sind, haben eine viel schlechtere Wahrscheinlichkeit, jetzt den höchsten Pick zu kriegen. Und manchmal kann es aber auch passieren, dass zum Beispiel ein Zufall kommt, dass jetzt zum Beispiel eine gute Mannschaft einen besseren Pick kriegt, dadurch, dass halt nur eine Kugel drin war und von den anderen 20, aber die eine Kugel trotzdem gezogen wurde. Und durch dieses Draftsystem ist es sehr fair in der Liga. Es bleibt eigentlich relativ ausgeglichen, anders wie jetzt zum Beispiel im Fußball, dass jetzt Bayern München, ich glaube, 15 Meistern noch mehr ist. So ungefähr, ja. Und bei uns ist es halt ein bisschen ausgeglichen, dass halt die schlechten Mannschaften sozusagen die guten Spieler, also alle sind ja gut, aber die besseren Spieler kriegen sozusagen. Und das ist auch ein bisschen so eine Glückssache, glaube ich, weil manche Spieler sind dann im Nachhinein vielleicht besser als die, die als erstes gezogen wurden oder so. Und ich hatte das Glück, dass Otter mich gezogen hat und sehr hoch auch gezogen hat und mir damit auch sozusagen direkt die Chance gegeben hat. Und ja, es gibt viele, viele Mannschaften, also eigentlich jede Mannschaft, ich glaube, 32 Mannschaften haben wir jetzt. Und jede Mannschaft kriegt dann einen Pick pro Runde und da wird auch getradet und alles hinterher ist sehr kompliziert zu erzählen. Aber eigentlich am einfachsten ist zu sagen, dass die schlechteste Mannschaft den besten Spieler kriegt. Genau, ich war einmal dabei, habe ich an dieser Stelle auch schon mal erwähnt, als Jochen Hecht getraftet wurde in Edmonton 1995, da geht es zu wie auf dem Passat. Das war in Edmonton, da waren 10.000 Zuschauer, die eigentlich nichts zu sehen bekommen in der Halle, sondern nur wissen wollen, wo kommen denn beste Nachwuchsspieler hin. Aber eigentlich ist es doch für dich, du bist dann Nummer drei gezogen worden. Genauso hoch wie Leon Dreiseitel, also die zwei meist hochgezogenen Spieler. Leon Dreiseitel ist ein absoluter Superstar mittlerweile in Edmonton. Aber ist das nicht doof für einen Spieler? Weil du weißt ja fast unmittelbar vorher, dass du nicht zu einem Top-Team kommen wirst. Du bist ja Ottawa zu dem Zeitpunkt ja auch kein Top-Team. Ja, ich habe das eigentlich versucht so zu sehen, dass wenn du zu einem Top-Team kommst direkt, dann ist es natürlich auch schwerer, um Platz zu spielen. Und für mich war es eigentlich so, dass wenn ich in eine Mannschaft gehe, klar, am Anfang, ich war es überhaupt nicht gewohnt zu verlieren. Ich habe drei Jahre Mann eingespielt, davor in Krefeld. Weil wir haben eigentlich immer als Mannschaft immer so gut wie alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und wenn du dann halt nur, ich weiß gar nicht, ich glaube 15 Spiele oder so haben wir vielleicht gewonnen oder vielleicht noch weniger in meinem ersten Jahr von 56 oder so aufgrund von Corona. Da ist es natürlich schon sehr, sehr schwer. Ich meine, da hatte ich auch viel mit mir zu kämpfen, weil ich kann überhaupt nicht verlieren. Also jeder, der mich kennt, wird das bestätigen. Von daher war das am Anfang schwer. Aber jetzt umso länger wir jetzt auch dort spielen. Und ich glaube, dass alle drumherum das gleiche Ziel haben, das irgendwann mal zu gewinnen. Und die Jungs, die wir haben, wir haben eine super junge Mannschaft. Die meisten sind langjährig bei uns unter Vertrag. Und ich glaube, was wir da aufgebaut haben, ist schon was Besonderes. Und da können wir bis jetzt auch sehr stolz drauf sein. Und ich glaube, ich glaube an die Mannschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hoffentlich in den nächsten paar Jahren auch mal gewinnen. Und ich glaube, dass das auch für mich so das Zeichen war, dass ich da richtig bin und auch sehr gut aufgehoben bin. Es ist Jahrzehnte her, dass Ottawa zum letzten Mal eine Meisterschaft geholt hat. Ich glaube, über acht Jahrzehnte ist das her. Vielleicht kannst du mal beschreiben, Eishockey hat ja einen anderen Stellenwert in Kanada als bei uns logischerweise. Wie ist das denn? Ist das eine Eishockey-total verrückte Stadt? Ja, also sehr verrückt. Ich glaube, egal wo du hingehst, man wird sofort erkannt. Also wenn man jetzt auch mal vielleicht was trinken gehen will oder so, dann wird man auch sofort erkannt. Und ja, es macht echt sehr viel Spaß, weil halt alle sehr eisig verrückt sind. Sogar aber auch positiv, muss ich sagen. Also in meinem ersten Jahr, da habe ich mit zwei Jungs aus meiner Mannschaft zusammen gewohnt. Wegen Corona durfte man halt nichts anderes machen, außer eigentlich zu Hause zu sein. Und dann sind wir ab und zu mal spazieren gegangen. Wir hatten, glaube ich, acht Spiele in Folge verloren. Und dann kommen wir auf die Straße und da gehen auch Leute spazieren. Und dann sagen die uns, wie gut wir spielen und so, wie viel Spaß es macht. Und ich glaube, dass in Kanada ist der große Unterschied, dass sehr viele Leute Ahnung von Eishockey haben. Was in Deutschland, würde ich jetzt behaupten, nicht so oft der Fall ist, wo halt immer viel geredet wird. Und alles ist schlecht, alles hier, alles. Die Adler haben drei Spiele in Folge verloren. Das ist die schlechteste Mannschaft seit vielen Jahren. Aber das gehört alles dazu. Ich meine, jede Mannschaft geht durch Höhen und Tiefen. Und vor allem auch bei den Adlern. Ich versuche auch, so viele Spiele wie möglich zu schauen. Und man kann nicht jedes Jahr gewinnen. Also es ist einfach, im Eishockey geht es nicht. Und das ist auch in der NHL so. Und ich glaube, dass es die meisten Leute dort auch verstehen. Und deswegen macht es unglaublich viel Spaß, da zu spielen. Natürlich denkt man sich immer mal, da gibt es ein paar Verrückte. Aber Kanada ist einfach ein komplettes Eishockey-Land. Deswegen ist es, glaube ich, das Größte der Eisgespiele zu sein. Ja, wenn du als Mannheimer Adler durch die Stadt läufst, dann kommt es eher selten vor, dass Leute dich um ein Autogramm bitten oder mit dir sprechen wollen. Wie gehst du denn damit um, wenn du da auf der Straße läufst und die Menschen kommen auf dich zu und nicht wenige werden Autogrammer wollen, schätze ich mal. Wie ist das Gefühl für dich? Ja, also ich weiß, dass wir ohne Fans auch gar nicht da wären, wo wir heute sind. Ich glaube, im ganzen Eishockey-Sport muss man dafür auch dankbar sein, dass wir so treue Zuschauer haben und die hoffentlich auch immer weiter ansteigen werden. Aber ich glaube, dass man die immer mit sehr viel Respekt behandeln muss, weil sie einen ja auch mit sehr viel Respekt behandeln. Und es gibt sehr viele Menschen, die alles dafür geben, dass ich meine, die Tickets in Kanada sind noch deutlich teurer als jetzt zum Beispiel in Artern. Da gibt es keine Stehkurve. Und wenn man dann halt mal 150, 200 Dollar für ein Ticket zahlt und alles sozusagen dafür gibt, weil es ist ja schon mega, da muss man schon sehr viel Geld verdienen, dass man sich das so leisten kann. Deswegen finde ich das einfach klasse. Und dass sie auch, also die würden auch weinen, wenn wir zum Beispiel verlieren oder so. Also sie stehen halt komplett dahinter und glauben auch genauso wie ich an den Erfolg von der Mannschaft in den nächsten Jahren. Und deswegen finde ich es einfach cool zu sehen. So, jetzt bist du im Sommer, aber zurück in Mannheim. Warum? Ja, ich glaube, dass für mich einfach hier das bestmögliche Training stattfindet. Und ja, hier kann ich auch aufs Eis gehen und sehe meine ganzen Freunde hier. Und ja, ich bin glücklich in Mannheim. Und deswegen, ich bin beim Kings 360 zum Personal Training, wo dein Mo auch ist. Und da fühlen wir uns sehr wohl. Und er macht auch sehr viel für uns und er versucht, dass alles immer passt für uns. Und deswegen macht es einfach Spaß, den Sommer am anderen zu verfolgen. Ich spiele auch viel Golf. Hier gibt es ein paar schöne Golfplätze, deswegen passt es auch sehr gut. Okay, okay. Das Programm, das Saison in Kanada ist länger als in Deutschland. Es gibt deutlich mehr Spiele in der Vorrunde. Wenn man in die Playoffs kommt und einen langen Weg gehen will, dann kommt man am Ende womöglich über 100 Spiele. Ist das jedes Spiel eine Freude für dich? Genießt du jedes oder denkst du manchmal, oh mein Gott, schon wieder ein Spiel? Ja, also ich hatte es wirklich noch nie, dass ich jetzt gedacht habe, oh, heute habe ich überhaupt keine Lust. Natürlich fühlt man sich in vielen Spielen jetzt vielleicht nicht so gut, wie man sich vielleicht fühlen will. Ich meine, Zuschauer wissen natürlich auch nicht, ist man krank, ist man nicht krank. Das spielt natürlich auch alles eine Rolle. Ich meine, wenn du fast jeden zweiten Tag spielst, aber erkältet bist, du kurierst dich ja auch nicht wirklich aus. Du bist ja, du trainierst, dann spielst du, dann fliegst du dahin. Du bist ja eigentlich durchgehend dann krank. Und das ist dann schon nicht so einfach. Aber klar ist man auch oft kaputt und so von den ganzen Reisen. Aber ich habe immer mega viel Spaß am Spielen. Und deswegen ist es noch nie vorgefallen, dass ich jetzt überhaupt keine Lust habe. Ich finde das immer interessant, weil die meisten Menschen vergessen, was das auch abverlangt. Auch wenn du noch in Mannheim warst, wenn du da am Sonntagnachmittag in München spielst oder meinetwegen auch in Berlin oder Wolfsburg. Und dann fährst du erst mal fünf Stunden mit dem Bus nach Hause, bist irgendwann um drei, halb vier zu Hause und am nächsten Morgen sagt der Trainer am Zähne ist Training. Ich glaube, die Leute machen sich gar keine Vorstellung, wie viel das auch abverlangt, auch diese Reiserei. Und bei euch ist es ja noch schlimmer. Gut, ihr fliegt mit dem Flugzeug, aber ihr seid ja auch mal vier Stunden unterwegs mit dem Flieger, wenn es an die Westküste geht. Ja, nee, aber ich glaube, dass wir einfach das Privileg haben, unser Hobby auch zum Beruf zu machen. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht so ganz vergleichen. Wir machen das ja alles mit Spaß. Ich fliege gern mit den Jungs, wir spielen Karten den ganzen Flug. Also es macht mir auch irgendwie Spaß. Aber trotzdem ist es nicht so einfach, dann mit Zeitverschiebungen. Wir haben zum Beispiel jetzt, um ein Beispiel zu nennen, wir haben in Vancouver gespielt. Den einen Tag waren um 23 Uhr fertig oder so. Und fliegen dann nach dem Spiel um 12 nach Calgary zwei Stunden, kommen um drei, halb, vier im Hotel an und spielen am nächsten Tag wieder mit zwei Stunden Zeitverschiebung. Ist natürlich dann, um dann das Top-Niveau zu spielen, ist natürlich auch nicht so einfach. Aber trotzdem, glaube ich, das Privileg zu haben, das Hobby zum Beruf zu machen, ist, glaube ich, das, wofür man auch dankbar sein muss. Und was man jetzt nicht vergleichen kann oder worauf man jetzt nicht sagen kann, dass es blöd ist. Bei mir macht es einfach Spaß, egal, was wir machen. Vermisst du denn die Region? Manchmal? Manchmal, ja. Ja, okay. Manchmal, ja. Ich bin aber auch sehr gerne auch mal im Sommer bei meinen Eltern oder so. Also, klar, vermisse ich meine Freunde hier und so, wenn ich halt in Kanada bin. Aber trotzdem, dadurch, dass ich auch eine relativ lange Zeit eigentlich im Sommer hier bin, halte ich es eigentlich auch ohne Mannheimer aus. Was sind denn die Ziele, die Nächsten bei dir in der Karriere? Das ist eigentlich so das einzige Ziel, das ist eigentlich der Stanley Cup, den natürlich zu gewinnen. Ich glaube, das ist für jeden Eispiele-Spieler das größte Ziel. Und sonst, für mich persönlich, glaube ich, einfach jedes Jahr besser zu werden, sich immer zu steigern und ja, immer weiter hart arbeiten. Und dann glaube ich, dass die meisten Sachen dann von selber kommen. Also, ich habe den Stanley Cup schon mal gesehen, der steht ja in Toronto im Museum und der ist fast so groß wie du, das Ding. Also, den hochzuheben, das verlangt alles. Du hast das Wort Dankbarkeit benutzt, das darf ich jetzt auch benutzen und bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Alles Gute, Tim. Alles Gute. Und hoffentlich hebst du diesen, wie groß ist er, so bestimmt, oder? Ja, das ist schon, ja, so. Ja, so ungefähr, so groß, dass du den eines Tages mal hochhältst. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, KOS Klima, GWG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz erleben und unter kurpfalzerleben.de Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Vielen Dank.